Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zum Osmanischen Reich mit unserem Tutorial Let's Play. Wir starten direkt ins Spiel. Wir haben gerade eben einen kleinen Krieg gegen Genua geführt, haben uns hier die zwei Provinzen geholt, beziehungsweise hier hinten drei für unseren Untertanen, die Grimm. Die Ming haben ein Problem, das interessiert uns gar nicht. Böhmen möchte Gefallen von uns haben. Kriegst du, äh, Regouten von uns haben? Der Krieg hier ist beendet. Ist hier irgendwas passiert? Ja, Böhmen musste Provinzen abgeben. Zwei Stück anscheinend. Aha, okay. Na gut, wir gehen gerade ins eigene Reich zurück. Wir könnten uns jetzt überlegen, wir haben gerade wenig aggressive Expansion. Au, nein, wir überlegen nicht, ob wir uns jetzt das Gold holen. Wir ziehen jetzt direkt gegen Rum. Wir ziehen jetzt direkt gegen Rum. Ziel ist Ankara. Blaue Hörde im Rätsel ist mit drin. Ist uns scheißegal. Hier geht's jetzt rund. Wir machen gar nicht lang rum. Los geht's. Du hast hier einen Belagerungsgeneral. Ja, einen Belagerungspip meine ich. So, rein da. Rein da, rein da, rein da. Wo ist unsere Flotte? Du fährst mal da hin. Da unten wird schon gekämpft. Da gehen wir gleich noch mit rein in die Schlacht, beziehungsweise mussten wir nicht, aber wir fahren. Wo ziehen die sich hin zurück, ist die Frage. Hier in die 6000. Die Flotte werden wir mal gleich vernichten. Zack. Da kommen wir da rüber. Ja, kommen wir. Die 13.000 Mann hier rein. Okay, sie laufen weg. Dann holen wir uns einfach nur die Festung. So, wir haben die Flotte hier rausgelockt, indem wir die Provinz besetzt haben. Vernichten wir sie endgültig. Wir haben sogar noch ein kleines Schiffchen erobert. Und wir holen uns jetzt gleich hier unten. Ikschel. Gleich durch durch die Belagerung. Hier sind sogar nochmal vier Schiffe. Gleich durch durch die Belagerungen. Okay, die Grimm wird jetzt natürlich besetzt. Das ist wurscht. Die entlagern wir wieder später. Erstmal machen wir jetzt hier die einfach schnell platt. Ankara gewonnen. So, wir könnten eigentlich jetzt auch direkt hier rauf marschieren. Warum auch nicht. So viele Leute brauchen wir jetzt hier nicht. Moment, da kümmern wir uns als erstes drum. Wir fahren mal kurz hier rüber. Das machen wir mal schnell. Weil eigentlich interessiert mich hier die Flotte halt gar nicht. So. Und jetzt nehmen wir nämlich die Flotte und fahren einfach mal direkt hier rüber. Sagen auch gleich Anschluss, dass ich die Grimm hier noch anschließen kann. So, dann besetzen wir hier mal ein bisschen. Wo ist die gegnerische Armee? Sehen wir nicht. Dann machen wir Flächenbelagerung. Hm, ja. So, Flächenbelagerung. Auf geht's! Sehr schön. Okay, du kommst bitte wieder hier runter. Flotte vernichten. Und mit den 18.000 Mann hier plus Grimm. Oder gehen wir mal direkt auf die blaue Horde. Was haben wir hier? Wackfgewehren? Ja, das wollen wir ja. Wir verlieren dafür 10 Prestige. Ist uns egal. Wir haben 93. Die Ulema kriegen schon wieder 10% Loyalität. Leider machen wir ein bisschen weniger Steuern und Rekruten in einem bestimmten Gebiet. Den GERMIAN. GERMIAN. GERMIAN ist hier, glaube ich, irgendwo. Nee. Da ist GERMIAN. Ja, ist ein bisschen bitter. Aber besser ist die Loyalität, äh, die Unruhe. Deswegen machen wir einfach. So, da oben schauen wir uns noch mal ganz kurz in die Schlacht rein, weil wir die blaue Horde so komplett vernichten. Warum denn? Weil die blaue Horde absolut keine Moral hat. Dafür ein Haufen Disziplin. Aber auch, ähm, die hängen uns, glaube ich, Tech-mäßig 5. Ja, wir haben ja Tech 7 schon. Die hängen Tech-mäßig dermaßen hinterher. Wir gehen übrigens gleich hier in die nächsten beiden Techs rein. Ähm, dass es eine wahre Freude für uns ist. Geviped haben wir sie nicht, aber das war halt einfach nur so ein typisches Auf-die-Schnauze. Äh, was ist denn im Arezien? Das hier ist im Arezien. Wir haben nur eine Provinz. Okay, im Arezien werden wir uns als erstes besetzen. Das kriegt dann die Krim geschenkt von uns. So, wir können in die Tech gehen. Zack! Und wir können in eine weitere Gruppe von Ideen gehen. Das schauen wir uns dann aber in Ruhe nach dem Krieg an. Ich glaube, hier habe ich 2000 Mann vergessen. So, da haben wir hier rum tatsächlich. Wir sitzen in Istanbul. So, hier auch nochmal rein in die Tech. Okay. 50 Admin macht, nehmen wir auch mit. So, wir besetzen hier einfach mal ganz kurz alles. Jetzt haben wir wirklich alles. Wir treffen uns mal kurz nach hier oben und gehen dann geschlossen nach Istanbul. So, Ixchel ist auch gefallen. Dann geht es einmal noch rüber zur Horde. Ich würde dich jetzt eigentlich schon gern hier schnabulieren. Schauen wir mal, ob wir dich irgendwo kriegen. Ja, da haben wir sie schon. Moment. Immer Rätsel gefallen. Das kriegt die Krim. Wir entsetzen die Krim auch mal ganz kurz. So, was passiert jetzt hier mit Rum? Sind wir auch überlegen? Ja, das ist ja schön. Das ist ja schön. Welche Tech hat denn Rum? Aus sechs. Man kann sagen, die stammen doch aus unserem Gebiet ab. Wir holen uns mal hier hinten noch immer Rätseln schnell, wenn wir rankommen. 80% auf 100 Admin macht oder 20% Ahmet erhält ein Admin macht. Ahmet, der erste ist wer? Unser König. Dann hoffen wir auf die 100 Admin macht, weil wir müssen 100 Monate warten, bis sich das eine unten gelohnt hätte. Ja, solange wir da schon noch leben, aber wir schauen mal. 100 Admin macht. 113 haben wir. Ja, 213, die haben die Admin macht bekommen. Okay, der andere hier läuft weg. Hier entlagern wir. Da entlagern wir. Ach komm, wir gehen jetzt direkt auf die Hauptstätte. So, immer Rätseln. Komm her. Du willst gefressen werden von der Krim. Möchtest du nicht, aber wir möchten das. Kalabrien Aufstände. Das ist nervig. Kümmern wir uns mal direkt rum, bitte. Rüber da. Was ist passiert? Was ist passiert? Die Pfalz ist der Kaiser. Wieder nicht Österreich. Hatten wir doch vorhin schon mal, glaube ich. Wegen mir könnte auch mal Böhmender Kaiser werden. So, Astracan. Da gehen wir auch hin. Nehmen wir jetzt mal hier kurz die blaue Horde raus. Hier kümmern wir uns um die Aufständischen. So, wir können übrigens in eine Tech reingehen. Das werden wir auch mal tun. Mameluke gegen Karakunlu. Ist uns recht. Ist uns recht. Wir werden belagert hier hinten. Okay. Dann fahren wir mal unsere Truppen gleich darüber. Und dann können wir mal, während wir die Festung belagern, hier einfach ein bisschen stumpf machen und schauen, ob wir sie erwischen. Ich glaube schon. Ja. Die 9000 von Rum erwischen wir. Und die werden auch sterben. Ja. Sind komplett gewiped. Und dann schauen wir mal, ob wir die 3000 hier von Imeretzien erwischen. Die werden auch gleich gewiped. Lecker schmecker. Nam 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 nam. Und Imeretzien wird jetzt gefressen. Jetzt haben sie nämlich keinen Bock mehr. Haben keine Soldaten und nix. Hallo. Grimm. Ja. Sehr gut. Grimm wächst und gedeiht. So. Gehen wir hier nochmal in die 16.000 rein. Oder willst du schon nicht mehr blaue Horde? Wenn du jetzt raus willst. Nein, willst du nicht. Dann hauen wir deine 16.000 Mann hier einfach mal. Leider kein Vibe. Wir laufen den 16.000 Mann mal hinterher. Und schauen mal, ob wir sie irgendwo fangen können. Hier gehen wir dafür auf die Hauptstadt. Wir plündern. Das ist ein Event, das passiert, wenn man eine Festung belagert. Da kann das kommen, das Event. Wir geben 194 Dukaten aus und kriegen dafür 5 Armee Professionalität. Das werden wir tun, weil hier verlieren wir Prestige. Und wir verwüsten einfach nur Astracan, was uns halt nix bringt. Oder wir geben 115 Dukaten aus. Verlieren Armee Professionalität, verlieren Prestige. Gewinnen nur 15 mehr militärische Macht. Entschuldigung. Ja, verwüsten mehr. Die verlieren Grundproduktion. Das bringt mir alles nix. Wir wollen das Gebiet einfach nicht verwüsten. Ich finde das Erste am besten, wenn man es sich leisten kann. Und vor allen Dingen, wir kriegen halt Armee Professionalität dazu. Und da sind wir eh noch relativ am Anfang. Wir müssen da viel mehr trainieren. Und deswegen zack, nehme ich mit Vergnügen. Blaue Rohr hat immer noch Bock. So, wo fließt du hin? Hier anscheinend rein. Wir erwischen erst die 1000 Mann. Und danach die 9000 Mann, die ohne Moral dastehen. Das wird schmerzhaft. Ja, sie sind weg. Und damit ist das Thema eigentlich jetzt schon durch. Blaue Rohr hat keinen Bock mehr. Wir geben wir der Krim noch etwas, ist die Frage. Bachmuth zum Beispiel. Grenze an Moskau. Wir besetzen die drei Provinzen mal schnell. Muss ja gestehen, hätte schon ein bisschen Bock, die Krim noch weiter zu stärken. Problem ist halt, äh, wo kommt denn jetzt so rum schon wieder? Ah, ich habe hier unten eine Provinz vergessen. Ähm, okay, hier gehen wir noch schnell rein. Wir, aggressive Expansion haben wir schon. Gehen hier mal schnell die Kriegskosten. Dann werden wir ab jetzt die Kriegskosten aktivieren. So, jetzt ist nur die Frage. Blaue Horde, pass mal auf. Das sind 19,2. Das werden wir auf jeden Fall machen hier. Zack. Gib mir dein ganzes Geld. Plündern wird uns nichts bringen. Nee, Kriegsreparation. Okay, nochmal zwei Provinzen für die Krim. Doch schön. So. Ich habe auf den falschen Frieden geklickt. Ich habe statt, ähm, den Frieden mit blauer Horde auf den Gesamtfrieden geklickt. Jetzt haben wir, oh nein. Wie dumm bin ich denn? Wie dumm bin ich denn? Das ist mir jetzt schon lange nicht mehr passiert. Früher ist mir das ja öfter mal passiert. Also wenn wir, wenn ihr separat Frieden machen wollt, klickt immer auf die Provinz und dann unter, ähm, ja, Frieden erklären. Also da steht ja hier oben dann Frieden. Ich habe jetzt den Gesamtfrieden gemacht. Und weil ich ja auch noch Provinzen von der blauen Horde genommen habe, haben wir jetzt zwölf Jahre, 13, nein, zwölf Jahre Frieden. Wir verlieren mal eine, na, Unruhe lokal wo? In Drakien. Oh, das ist unser, ja doch, da können wir uns die Unruhe leisten. Das ist unser Hauptgebiet. Äh, wir nehmen die Innovation mit, verlieren Prestige. Also ihr seht es, auch einem erfahrenen Spieler passiert so eine Scheiße. Unser eigentliches Kriegsziel, vergessen. Das war jetzt dumm. Das war jetzt richtig dumm. Eieieieiei. Das tut so weh. Das tut so weh. Das ist ein Krieg gegen Nogai? Ah, okay. Blaue Horde. Ah, scheiße. Oh, ärgert mich das jetzt gerade. Oh, ärgert mich das jetzt halt. Dumm bis zum Abwinken. Dumm bis zum Abwinken. So. Äh, neue Idee. Neue Tech. Wir werden... Hofideen kenne ich gar nicht. Äh, Hofideen muss ich mal kurz angucken. Die kenne ich tatsächlich gar nicht. Die sind neu bei mir. Ah, hier haben sie was geändert. Das ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen. Die Söldner-Ideen. Die waren in abgewandelter Form hier drüben. Admin und Söldner haben sie getrennt und auch die Admin-Ideen ein bisschen überarbeitet. Und hier gibt es jetzt Infrastruktur-Ideen. Unterhalt, Staaten, Wohlstand, nationaler Wachstum, Baukosten, Kosteninfrastruktur ausbauen. Aufwertungen, Handelszentrum, Bewegungsgeschwindigkeit, Verwaltungskosten, Unterhalt, Festung, Bauzeit. Infrastruktur, ziemlich genial für große Reiche. Könnten wir uns sehr überlegen. Hofideen, Machtzuwachs von Beleidigungen, Äh, Loyalität, Gleichgewicht, alle Stände. Ja, das ist schön. Prestige, Regierungsform, Wachstum, Landstand, Max Privilegien, Plus Eins. Okay, Max Absolutismus durch Privilegien, Minus 20 Prozent. Sehr gut. Absolutismus, etwas, was wir, wenn überhaupt, erst zur Zeit des Absolutismus auch ansprechen werden. Prachtmonatlich, Landstand, Interaktionsabklingzeit, naja, okay. Mögliche Richtlinien, Herrscher, Diplomacht. Okay, und hier ist alles rein, Söldner, okay, nice. Eigentlich wollte, dachte ich mir jetzt, ich gehe auf die Einflussideen. Und ich glaube, ich werde es auch trotzdem machen. Weil wir auf jeden Fall mit mehreren Vassallen spielen werden. Und ich habe jetzt gerade die Punkte, Wirtschaftsideen braucht man nicht als Osmane. Wir könnten theoretisch auch in Innovation gehen. Oder in humanistische Ideen für die Toleranz. Die Frage ist für mich jetzt, Admin oder Diplo? Wir werden immer wieder Korn in Admin. Oder wir gehen halt in die Infrastruktur rein. Aber nee, wenn dann lieber in die humanistischen. Admin oder Diplo? Diplo. Diplo braucht man noch nicht. Ich glaube, ich gehe in die humanistischen rein. Machen wir. Weil, da ich das jetzt hier verkackt habe, werden wir auch nicht so schnell hier unten reingehen und die nächsten Vassallen gründen. Deswegen gehen wir in humanistische Ideen rein. Und werden auch gleich uns die Unruhe global reinholen. Zack, weil dann haben wir jetzt hier oben akzeptierte Kulturen und Kosten-Kernprovinzen. wird uns relativ schnell was bringen und die Kultur holen wir uns direkt und zwar mit Neapel. So, und da ich ja jetzt diesen Krieg verkackt habe hier, beziehungsweise den Frieden. Ich glaube, das ist jetzt schon der zweite spielerische Fehler auf jeden Fall. Wenn nicht sogar der dritte. Ich überlege gerade. Alter, da war das... Also das ist mir früher regelmäßig passiert. Jetzt schon sehr lange nicht mehr passiert. So, dann ziehen wir wieder gegen Ungarn. Wir holen uns jetzt hier das Gebiet. Ungarn und Bosnien. Wir rufen Bosnien mit rein. Dann ist Venedig und Chili noch mit drinnen. Wollen wir das? Aber ich würde gerne beides fressen. Aber beides sorgt wahrscheinlich eh für zu viel aggressive Expansion, oder? Warte mal, kann ich dich jetzt... Vielleicht... Ja, okay. Zack. Vassalisiert. Zack. Okay, Ragusa wurde vassalisiert. Das ist jetzt richtig gut. Das ist jetzt richtig gut. Hat auch überhaupt nichts mit der Tech zu tun. Die Tech ist uns egal. Alter, wir bauen erstmal. Wir bauen erstmal. Wir wollen zwei Moscheen. Wir wollen zwei Werkstätten. Wollen wir einen Marktplatz? Wo liegt Ibasan? Du bist Ragusa? Ne, wollen wir nicht. Da haben wir keinen Händler. Wir brauchen auf jeden Fall Kasernen. Und zwar viele. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, vierzehn, sechzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn. Zwei haben wir, glaube ich, schon. Ja, also wir brauchen 40 Provinzen sogar. Nicht 20, 40. Ja, okay, dann lassen wir es jetzt trotzdem mal so. Okay. Dann ziehen wir dich jetzt mal ab. Ziehen wir dich jetzt mal ab. Die Frage ist jetzt Serbien. Bosnien-Ungarn. Rufen wir Bosnien mit rein? Haben wir Venedig-Chili noch mit drinnen? Ähm, Kastilien hilft nicht. Was uns an sich vollkommen egal sein kann. Oder machen wir gegen Bosnien einen Extra-Krieg, weil ich jetzt nämlich auch nicht an Venedig rankomme. Ich würde vielleicht gerne Venedig dann extra mit reinziehen, wegen diesen zwei Provinzen. Was ich jetzt aber so nicht kann. Dann lassen wir das. Dann machen wir jetzt nur Serbien. Kastilien ist uns egal. Wir erobern den Kosovo-Krieg. Genau, wir machen den Krieg alleine. Können wir Schiffe eigentlich ausbauen? Nein. Schade. Ich würde hier trotzdem gerne mal drei Schiffe rausziehen. Und euch mal kurz zusammenziehen. Dass wir da trotzdem noch ein bisschen mehr haben. Und dann machen wir jetzt hier... Aleppo, haben wir gesagt. Genau. Da haben wir hier Serbien. Mhm, 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 mhm. Schauen wir mal, wo die hingehen. Gerade zumindest mal nicht zu uns. Die gehen zur Krim rüber. Okay. Kein Problem für uns. Wir gehen... Wir folgen ihnen einfach. Ah. Da kommen wir nicht rein. Dann folgen wir ihnen einfach mal. Sind doch 13.000 Ungarn. Da gehen wir doch mit Vergnügen mal rüber. Wird spannend. Wir... Schauen mal ganz kurz, wie die Armee-Qualität ist. Kriegsgegner... Oh, Ungarn ist leicht stärker als wir. Wir haben mehr Professionalität. Viel mehr Tradition. Päpstlicher Segen. Aber kein Kreuzzug aus irgendeinem Grund. Aber wir wären hier in der Verteidiger-Phase. Deswegen probieren wir es einfach. Wir gehen trotzdem rein. Ja, und wir vernichten die Ungarn mal total. Ja, hier sind sie jetzt nicht stärker in der Moral. Und wir haben halt mehr Disziplin. Achso, weil wir gegen Bosnien kämpfen. Die Schlacht war in bosnischer Hand, nicht in ungarischer. Interessant, interessant. So, wir gehen mit rüber. Da sind die anderen 11.000 Ungarn. Die sind jetzt ja egal, tatsächlich. Warum wurde ich denn jetzt gerade de-exceliert? Ganz kurz waren wir de-exceliert. Ich weiß nicht, warum. Wir verlieren zwei Kriegsmüdigkeit. A, bei Recruitenreserve global minus 20% für 5 Jahre. Ja, 5 Jahre geht Unterhalt, Armee. Regeneration. Okay. Wir verlieren dafür die Kriegsmüdigkeit. Ist uns egal, weil wir haben wahrscheinlich eh keine... Ah doch, wir haben zwei Kriegsmüdigkeit. Ja, dann machen wir das. Dann machen wir das. Für 5 Jahre ist mir das tatsächlich egal, die Auswirkungen. Wer ist tot? Der, unser Militärberater. Wir haben ja oben einen plus 3 Militärberater. Der wäre halt schon sehr geil. Aber 9 Dukaten. Ich nehme ihn trotzdem. Und wir können in die Regierungsform gehen. Stufe 4. Was haben wir denn? Missionarstärke 1,5. Loyalität Ulema. Regierungsmechanik. Ähm. Regierungsmechanik. Wir können unsere Regierungsmechaniken schon bei 50 Punkte anwenden. Naja, naja, naja. Also interessiert mich ja ich gar nicht. Dann haben wir die Dimmi. Wir können Autonomie den Dimmi gewähren. Und das erhöht nicht länger den Einfluss und nicht... Okay, was ist Autorität der Dimmi? Dimmi. Ähm. Moment. Autonomie oder... Ah, Autonomie. Das haben wir sogar. Und das erhöht nicht... Das erhöht nicht länger den Einfluss und den Absolutismus. Naja, dafür eine Regierungsform hernehmen. Ich weiß nicht. Äh. Eher wohl nicht. Was haben wir sonst? Maximale Toleranz Ungläubige. Das ist natürlich gut. Einfluss Dimmi. Naja, weiß ich nicht. Äh. Land vom Klerus zu ein bisschen beschlagnahmen. Okay, religiöse Einheit 10%. Kosten Admin Tech minus 10%. Das ist gut. Dann haben wir meinen Liebling. Tempel und Kathedralen. Die geben mehr Geld. Admin Berater kosten weniger. Diplomaten. Loyalitätsgewicht. Alle Stände. Ja, eigentlich bin ich dafür. Wir verdienen auch viel Geld über Kirchen. Komm, ich gehe in meinen Lieblings rein. Damit pushen wir quasi unsere Provinzen, wo Tempel drinnen stehen. Und ich baue ja überall Kirchen eigentlich. Das ist so mein Hauptgebäude. Das ist so meine persönliche Spielart. Deswegen nehmen wir das doch einfach mal mit. So, wir nehmen die 30 Diplomacht. Ob mich Ungarn mehr mag, ist mir vollkommen egal tatsächlich. So, bitte mal durch hier. Gehen wir hier ein bisschen drüber. Wir verteidigen mal vor Ungarn hier. Falls die meinen, sie müssen sich da irgendwo jetzt hat einen Kampf suchen. Ah, da hinten suchen sie in den Kampf. Da helfen wir aber. Wir schnappen uns erstmal hier die 12.000 Ungarn. Da kommen nämlich die nicht rein wegen der besetzten Festung jetzt. Und wir haben sie sogar direkt gewiped. Wir haben die einfach direkt weggewiped. Das ist natürlich bitter für Ungarn. Belagerung 2. Gehen wir mal. So, super. Jetzt geht's. Jetzt passt's. Warum läuft die Krim auch hier drüben so dumm rum? So, oh Gott. Was haben wir denn hier jetzt? Ahmed der Erste muss sterben. Wenn sie versagen, wird diese eine Revolte provozieren. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum wir unseren König umbringen sollten. Der ist spitze. Wenn die Gerüchte wahr sind, dann wird Ahmed die Zeit geben, eine größere Armee aufzustellen. Also im Moment nicht Ahmed der Erste, sondern unser Drohnenfolger. Fatima verliert die Gunst. Erst wenn die Gerüchte wahr sind, dann wird Ahmed zur Zeit zeigen, ein größerer Armee aufzustellen. Und Fatima wird verbannt. Unser Drohnenfolger. Ja, der ist okay. Der ist okay. Komm, wir versch- Wir... Machen das Mittlere. Wenn wir Pech haben, haben wir einen größeren Aufstand irgendwann mal. Oh, da haben wir es auch schon. Wir haben insgesamt sieben und vier. Okay, dafür noch ein neuer rechtmäßiger Erbe mit vier, fünf, zwei. Ja, besser kann es uns eigentlich gar nicht passieren. Die Aufstände sind mir tatsächlich vollkommen egal. Schau mal, die sind sogar direkt vor unserer Nase. Heißt, wir marschieren da einfach mal direkt rein. Einzige Doofe ist, das sind Drohnenfolger. Da müssen wir jetzt öfter rein. So, rein, einmal... Da rein. Okay, der flieht jetzt blöderweise nach unten, oder? Nach Groucha, ja. Da müssen wir jetzt in Groucha nochmal rein. Der flieht doch nach links rüber. Hätte ich erst nach links gehen sollen. So. Dann rüber nach Groucha. Rein da. Gewonnen. Ich hier auch nochmal rein. Gewonnen. Okay. Also Drohnenfolger muss man wirklich komplett vernichten im Endeffekt. Haben alle noch Bock auf den Krieg? Schlagt die Bewegung nieder. Ja, mach mal. Wir gehen weiter Richtung Legalismus. Wo stehen wir denn da überhaupt? Bei 60%. Okay. Wir haben Temes gewonnen. Die Frage ist, wollen wir uns jetzt hier mit den Ungarn anlegen? Okay. Okay. Können wir probieren's? Das sind wir halt jetzt der Angreifer. Kann auch in die Hose gehen. Kann auch in die Hose gehen. Aber schaut gut aus für uns. Ulema, wir erhalten zwei Korruptionen. Kostet Geld. Steuererinnahmen global. Zehn Jahre. Oh nee. Komm. Wir verzichten auf die Loyalität. Wir haben's gewonnen unter Schmerzen. Unter Schmerzen. Also Krieg zieht sich ein bisschen. Wir können Fatima niemals aufgeben. Fünf Prestige oder eine neue Gemahle. Nee, nee. Da behalten wir lieber Fatima und nehmen das Prestige mit. Da nehmen wir lieber das Prestige mit. So, wo ist denn Ungarn jetzt eigentlich hin marschiert? Gute Frage. Nächste Frage. Das hier ist Serbien. Jo. Da sind wir. Mist. Und da kommen wir jetzt auch nicht mehr raus. Die Schlacht werden wir jetzt auch eindeutig verlieren. Da haben wir relativ wenig Chance. Außer wir kommen jetzt hier noch schnell rein. Wobei, für uns schaut's eigentlich gut aus. Und wir kommen da sogar noch rein in die Schlacht. Wuhu. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht. Nicht gedacht, dass wir die Schlacht gewinnen. Willst du schon raus, Ungarn? Nee. Schade. Schade, schade. So, und jetzt mal hier so rein. So, hier unten 71%. Du musst jetzt mal fallen hier, bitte. Ja, Serbien hier unten lassen wir gerade erobern. Ist uns gerade relativ egal. Okay, jetzt stehen sie in Konstantinopel. Das kann ich natürlich nicht tolerieren. Oh, wir haben keine Recruitenreserve mehr. Sind sogar schon 12.000 minus. Das ist ärgerlich tatsächlich. Fällst du jetzt hier mal. Guckt euch das mal an, hey. Jetzt hat. So, Bosnien will jetzt raus. Das weiß ich. Genau. Bosnien will jetzt raus. Forderung senden. Check. Dann marschierst du mal hier runter kurz. Äh, Ungarn. Willst du jetzt auch schon raus eigentlich? Du willst auch schon raus, Ungarn. Das ist schön. Gib mir ein bisschen Geld. Geh. Interessierst mich auch nicht. So, damit ist der Krieg durch. Ne, wollen wir jetzt nicht mehr. Wir fördern Ragusa nicht weiter. Ragusa ist jetzt schon unser Vassal. Das passt. So, und jetzt müssen wir mal ein bisschen auf die Recruitenreserve und alles warten. So, wir können in die Tech reingehen. Fernkampfarmeeanführer. Äh, werden wir auch tun. Das gleiche dann mal hier kurz rein. Nationalismus minus 10 Jahre. So, wir haben schon wieder 1000 Gold übrig. Heißt, wir brauchen insgesamt 40 Kasernen. 20 haben wir jetzt. Aber wir haben ja die Kirchen gerade gestärkt. Deswegen gehen wir jetzt einmal voll kurz in Kirchen rein. So, Krieg. Schon wieder keine Koalition. Ja, easy. Ha. Fressen wir einfach alles. Zack. Gut ist. Gut ist. Ja, jetzt können wir aber leider hier nicht reingehen. Wir müssen jetzt erstmal... Wir müssen jetzt erstmal coren. Aber geht sogar alles in einem Aufwasch. Dann müssen wir jetzt auch ganz kurz mal ruhig sein. Und, ähm, mal ganz kurz die Tech durchlaufen lassen. Äh, das Coring durchlaufen lassen. Wir holen uns mal hier kurz die Aufständischen. Das sind die Soldaten von Serbien, die wir gerade, ähm, erobert haben. Zack. So, jetzt halten wir einfach mal die Füße still. Ähm. Bin gerade sogar am überlegen, ob wir jetzt noch höhere Berater einstellen, weil wir gerade zu viel Geld machen. Hm. Handelseffizienz, den will ich auf jeden Fall. Naja, gut. Aber, für die Folge war es das auch schon. Ich habe eh schon wieder überzogen. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus. Servus. Servus.